Ja, vielen Dank, Frau Professor Keller, auch für die Einladung, auch an Herrn Professor Farias, dass Sie so ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht haben und an alle Mitstreiter und dank jetzt aus Sicht der Stadt an das Ministerium, dass Sie sowas möglich machen, denn in der Tat ist es so, dass wir Unterstützung brauchen in diesen Themen. Man ist ja manchmal versucht zu sagen, jetzt in meiner Rolle, im Prinzip haben wir kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit, aber wenn man dann genauer in die einzelnen Details geht, stellt man eben fest, es ist nicht ganz so einfach. Witzigerweise habe ich für mein Grußwort von zwei Hauptabteilungen zwei Grußwörter bekommen, was schon zeigt, dass Ihr Thema sehr interdisziplinär ist, nämlich von der Stadt- und Krühplanung 1 und vom Naturschutz. Jetzt kann ich das nicht vortragen, deswegen habe ich mir gedacht, ich trage ein paar Begriffe vor und sage Ihnen dann, was mir wichtig ist. Ich verzichte darauf zu sagen, was jetzt vielleicht die Stadt München aus meiner Sicht schon ganz gut macht und wo es schwierig ist. Sie können sich vorstellen, es vergeht kein Tag, wo ich die Konflikte, die hier in diesem Forschungsprojekt angesprochen sind, nicht eigentlich auf meinem Schreibtisch habe, in Form von Baugenehmigungen, großen Stadtentwicklungsdingen und auch das habe ich in Halle schon gelernt, die wahren Stadtentwickler sind dann am Ende doch die grünen und Landschaftsplaner irgendwie. Das ist im Stadtumbau ganz ähnlich wie in einer extrem wachsenden Region. Die Stichworte Luftaustausch, spezifische Aufenthaltsqualität, Bäume und Sukzessionsflächen zulassen, suggerieren. Ich habe jetzt einfach Kringel gemacht, das folgt keiner sonstigen Logik. Kühlungs- und Versickerungswirkungen, vertikale, große Bäume, steht da mit drei Ausrufezeichen, experimentelle Formate, planerisches Handeln, bunter Dichter, älter, Nutzungsdichte, vielfältige Ansprüche, Begegnungen, Zwischennutzungen, nachbarschaftliche Kreativität, dann kommt nochmal Bewegung, Gesundheit und Sport, Barrierefreiheit, Mobilitätsbedürfnisse, Zulassungszahlen, PKW, Auswirkungen des Klimawandels, hohe Sensibilität von Anwohnern, habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt? Die habe ich auch jeden Tag. Multikodierte Räume und Mehrfachnutzungen, das sind jetzt die Stichworte und jetzt kommen meine drei Gedanken. Einmal, ich glaube in der Tat, dass Natur stärker ist als Stadt. Deswegen ist die Stadt gut beraten zu überlegen, wie sie der Natur entgegenkommen. Dann jetzt aus meiner Profession, die Leipzig-Charta für die Städte ist ja seit jetzt über zehn Jahren, glaube ich, schon ein ganz gutes Instrument, wo man sich verständigt hat, wie nachhaltige, gute Stadtentwicklung sein kann. Das wird ja jetzt weiter auf europäischer Ebene für eine Urban Agenda ausgearbeitet, die sich dann auch mit Habitat und diesen ganzen anderen großen Konferenzen und Zielen verknüpft. Ich glaube, das ist richtig. Wir brauchen, denke ich, tatsächlich Strategien, um von jetzt Orten und Raum zu wirklichen Plätzen und öffentlichem Raum zu kommen. Dazu brauchen wir Strategien und das Schwierige jetzt in meinem Handeln ist, wir brauchen sie auf verschiedenen Zeitpfeilen und Zeitebenen und wir brauchen sie im Großen, also in Makrostrategien, die sich verknüpfen mit Mikrostrategien, die wirklich bei der Bevölkerung ankommen. Und dann wird es für mich ganz schwierig, ich arbeite ja nun auch mit vielen Juristen zusammen. Recht oder Rechtssicherheit heißt aus meiner Sicht noch nicht immer wirklich Verantwortung dann für den Raum übernehmen. Das erleben wir ja leider auch täglich und hören es in den Nachrichten. Und insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die Dinge erfahrbar machen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich Ihr Projekt so toll finde. Ich glaube, Ihr Projekt beschäftigt sich, soweit ich das jetzt bisher verstanden habe, ganz stark damit, diese Aspekte wirklich greifbar und erfahrbar zu machen. Ich selber beschäftige mich seit einem Jahr stärker, also so für mich kleines privates Forschungsprojekt im Kopf von Elisabeth Merck, mit der ästhetischen Dichte in der Stadt, mit der Frage, wie angewandte Ästhetik mehr in die Stadt kommen kann, um unsere Themen, auch diese trockenen, schwierigen, fachlichen, funktionalen Zusammenhänge besser zu erläutern. Und insofern ist für mich eine ganz zentrale Frage an Ihr Projekt oder was ich mir so wünsche, dass diese Frage der angewandten Ästhetik und auch von ästhetischer Dichte, die sich verknüpft mit vielen diesen funktionalen Aspekten, am Ende zu etwas führt, was ich empathische Stadt nenne. Weil ich glaube, nur wenn man diese Zugänge in den Bewohnerschaften erreicht, bekomme ich dann auch eine gute Unterstützung, diese konflikthaften Ziele in irgendeiner Form zu einer guten Entscheidung zu bringen. Mein Geschäft ist ja irgendwo eine Entscheidung herbeizuführen, dass man den nächsten Schritt gehen kann. Und ich hoffe, dass jetzt das, was Sie ausgearbeitet haben und ja auch noch ausarbeiten werden, da uns so ein ganz guter Wegweiser sein könnte. Also nochmal herzlichen Dank und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie diese Arbeit und das kann ich mir ansatzweise vorstellen, was das überall, ob Ministerium oder dann bis hin zu den Studenten bedeutet. Dankeschön. Applaus 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 Applaus